Hallo zusammen! Ja, heute nehme ich euch mal mit in die Niederlande und zwar in das riesige Gartencenter Osterik. Das ist bei uns eigentlich relativ in der Nähe. Wir wissen aber, dass aus ganz Deutschland da Leute hinkommen. Ich habe letztens noch gelesen, jemand aus Bayern fährt da einmal im Jahr hin, um da Pflanzen zu kaufen. Heute geht es da aber nicht so sehr um die Pflanzen und das, was es da sonst noch alles in diesem riesigen Center gibt, sondern wir wollten uns die Weihnachtsausstellung anschauen. Und auch die ist dort riesig. Es gibt allerlei Dinge, auch teilweise sehr verrückte Dinge. Ja, und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ja, und da nehme ich euch 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 mal mit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.